Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Jens Rabe und ich bin Optionshändler. Optionshändler, was heißt denn das überhaupt? Was sind denn eigentlich Optionen? Genau darum soll es jetzt hier in diesem Video klären, dass wir einfach mal kurz klären, was sind Optionen und was sind Optionen nicht? Was kann man mit Optionen machen? Ich fange vielleicht mal mit einer ersten Erklärung an. Optionen sind keine Optionsscheine. Ganz häufig höre ich, das ist jemand, der macht was mit Optionsscheinen. Aber nein, nein, nein. Optionsscheine, das sind Produkte, die für Endkunden herausgebracht werden, die emittiert werden von einem Emittent, einer Bank etc. Optionen dagegen, das sind börsengelistete Finanzinstrumente. Die gibt es schon seit vielen, vielen hundert Jahren und in Amerika, seit den neunten, siebziger Jahren, werden Optionen sehr rege gehandelt. Also in Amerika ist das Hauptverbreitungsgebiet von Optionen, weil es in Amerika nicht so viele andere Handelsinstrumente gibt, wie beispielsweise hier in Europa, die sind in Amerika alle nicht zugelassen. Deswegen werden Optionen da sehr viel gehandelt. Optionen werden immer an einer sogenannten Terminbörse gehandelt. Das heißt also, in Europa wäre das jetzt die Eurex, wo man zum Beispiel Optionen auf den DAX oder auf den Bund Future handeln kann. Und in Amerika gibt es da beispielsweise die CME in Chicago, wo man Optionen auf Rohstoffe handeln kann. Und daneben gibt es dann noch sieben weitere Börsen in Amerika, wo man Optionen auf Aktien handeln kann. Jetzt klären wir aber erstmal, was sind denn überhaupt Optionen? Wenn man ein Kreuzworträtsel hätte und da stände drin ein anderes Wort für Optionen, dann könnte man sagen, Optionen, das sind Versicherungen. Das ist zumindest das, was es am nächsten beschreibt. Natürlich ist eine Option jetzt keine klassische Versicherung, aber es beschreibt am besten den Zweck, warum man überhaupt Optionen handelt. Was muss man sich merken, wenn man etwas über das Thema Optionen wissen möchte? Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Optionen. Zum einen gibt es sogenannte Kaufoptionen. Ich kürze das jetzt mal hier ab mit Kaufopt. Die nennt man auch Calloptionen. Wenn es etwas zum Kaufen gibt, dann gibt es auch immer etwas zum Verkaufen, nämlich die sogenannten Verkaufsoptionen. Diese bezeichnet man als Putoptionen. Das heißt also, wenn wir sagen Calls, dann sprechen wir über Kaufoptionen und wenn wir über Puts sprechen, dann sprechen wir über Verkaufsoptionen. Das Letzte, was wir noch wissen müssen, als Grundlage ist, dass jeder Option, egal ob es ein Call ist oder ob es ein Putt ist, immer einmal ein Recht inne wohnt. Also es gibt ein Recht und es gibt eine Pflicht. Dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Man kann als Privatperson, aber auch als institutioneller Händler, kann man Optionen nicht nur kaufen, sondern man kann sie auch verkaufen. Das heißt Leerverkäufe machen, genauso wie man das auch mit Aktien machen kann. Wenn man eine Option kauft, dann erwirbt man immer ein Recht, ein Recht etwas zu tun und wenn man eine Option verkauft, erhält man immer eine Pflicht etwas zu tun. Wie das mit diesen Rechten und Pflichten jetzt zusammenhängt, das schauen wir uns hier im nächsten Beispiel an. Wir nehmen mal eine Calloption. Das haben wir schon gelernt. Eine Calloption, das war eine Kaufoption. Wie gesagt, da gibt es hier ein Recht und da gibt es eine Pflicht. Jetzt stellen wir uns bitte gemeinsam folgende Situation vor. Wir haben hier eine Aktie und die ist gestiegen und ein Händler sagt, ich habe die Erwartungshaltung, dass diese Aktie in den nächsten Wochen und Monaten weiter ansteigen wird. Das ist also seine Erwartungshaltung. Jetzt kann er diese Aktie direkt kaufen. Er kann aber auch sagen, ich möchte nicht ganz so viel Geld ausgeben, ich kaufe mir nur eine Calloption. Diese Calloption, eine Option, bezieht sich bei Aktien immer auf 100 Stück der Aktie. Die ist in der Regel viel günstiger als die Aktien selbst. Also statt 100 Aktien zu kaufen, ist der Kauf einer Option immer viel, viel günstiger. Das heißt, es ist eine Liquiditätssache, die man hier umsetzen kann. Entsprechend natürlich auch ein Hebel. Derjenige, der jetzt diese Option kauft, also der jetzt diesen Call hier kauft, und das machen wir mal grün, grün für kaufen. Also der Käufer, der erwirbt ein Recht. Und zwar erwirbt der ein Recht, 100 Aktien innerhalb einer bestimmten Zeit, also zum Beispiel bis hierher, zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Also angenommen, hier die Aktie ist momentan bei 100 Dollar. Dann erwirbt jemand, der einen Hunderter Call kauft, das Recht, 100 Stück der Aktie zu 100 Dollar zu kaufen. Und zwar innerhalb einer festgelegten Frist. Diese Frist, das können nur wenige Tage sein, das können aber auch bis zu zwei oder im Indexbereich sogar bis zu drei Jahren sein. So, was kann jetzt passieren? Naja, es gibt im Grunde genommen ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, es passiert tatsächlich so, wie sich das der Händler vorgestellt hat. Nämlich, die Aktie steigt tatsächlich an auf, sagen wir mal, hier 120 Dollar. Dann kann unser Händler hergehen, kann sagen, er nimmt das Recht, was er erworben hat, kauft jetzt die Aktien für 100 Dollar. Und da sie jetzt ja schon 20 Dollar wert sind, hat er natürlich sofort einen Gewinn erzielt, 20 Dollar pro Aktie. Und er muss davon nur noch einen abzubringen, was hat er eben jetzt für diesen Call bezahlt. Also mal angenommen, der hat für diesen Call vielleicht hier irgendwie 5 Dollar bezahlt. Dann hat er jetzt hier pro Aktie 20 Dollar verdient, muss die 5 Dollar noch abziehen. Also hat er 15 Dollar mal 100.500 Dollar verdient. Das ist natürlich ein sehr viel größerer, prozentualer Gewinn, als wenn er einfach nur die Aktie gekauft hätte. So, was kann aber noch passieren? Es könnte ja zum Beispiel auch das hier passieren. Die Aktie geht seitwärts, die bleibt bei 100 Dollar. Tja, und was wird dann mit seiner Option passieren? Diese wird am letzten Handelstag – eine Option hat immer eine bestimmte Restlaufzeit – dann wird diese Option wertlos verfallen. Das heißt, die gibt es dann nicht mehr, die ist dann nicht mehr da. Er könnte jetzt natürlich sagen, okay, er nimmt das Recht aus seiner Option wahr, kauft über die Option jetzt heraus die 100 Aktien zu 100 Dollar. Aber das kann er genauso gut am Markt machen und das wird ihm natürlich nichts nützen. So, und umgekehrt kann natürlich auch passieren, dass die Aktie fällt. Was weiß ich, die fällt hier auf 80 Dollar. Dann könnte er theoretisch sein Recht gelten machen, könnte er sagen, ich nutze jetzt mein Recht und kaufe aus der Option heraus 100 Aktien zu jeweils 100 Dollar. Das macht aber natürlich wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weil die Aktien hier am Markt nur noch 80 Dollar kosten. Deswegen würde er das natürlich nicht tun, sondern würde sie dann tendenziell eher am Markt kaufen. Das heißt, dann hätte er mit seiner Call-Option einen Verlust erlitten und zwar einen Totalverlust. Alles, was er für diese Option, für die Versicherung ausgegeben hätte, wäre dann weg. Das ist jetzt der Käufer einer Option. Genau das Gleiche passiert übrigens auch mit einer Verkaufsoption, bloß eben mit umgekehrten Vorzeichen. Die Frage ist jetzt aber, wer gibt ihm denn überhaupt dieses Recht hier? Wer würde ihm denn dann diese Aktien verkaufen? Da kommt eben jetzt hier der Verkäufer in Frage. Der Käufer dieser Option kauft die zwar an der Börse, aber genau wie beim Aktienhandel muss jedem Kauf ein Verkauf gegenüberstehen. Das heißt also, ein anderer Händler oder ein Market Maker wird ihm jetzt diese Option verkauft haben. Dafür erhält dieser Verkäufer der Option diese 5 Dollar. Das ist quasi seine Versicherungsprämie, die er einnimmt. Jetzt gibt es eben auch wieder diese verschiedenen Fälle. Fall Nummer 1. Die Aktie steigt und dann muss tatsächlich der Verkäufer der Option an den Käufer 100 Stück der Aktie zu 100 Dollar liefern. Egal, ob er sie vorher hatte oder nicht. Das spielt erstmal keine Rolle. Kann auch dem Käufer völlig egal sein. Er muss sie ihm liefern. Wäre für den Verkäufer der Option natürlich eine schlechte Variante, weil er hat nur 5 Dollar Prämie bekommen pro Aktie. Wenn er sie hier gekauft hat, muss er sie dann für teureres Geld weitergeben. Das lohnt sich natürlich nicht so richtig. Was passiert, wenn es seitwärts geht? Dann kassiert der Verkäufer die kompletten 5 Dollar. Der Versicherungsfall kommt nicht zum Tragen, und er hat die komplette Prämie eingenommen. Der beste Fall für ihn wäre natürlich hier, wenn es nach unten geht. Dann wird der Käufer sein Recht nicht in Anspruch nehmen. Er wird nicht sagen, verkaufen wir bitte 100 Aktien zu 100 Dollar, wenn sie an der Börse nur 80 kosten. Der Verkäufer der Option hat diese 5 Dollar eingenommen. Verkäufer von Optionen werden auch oftmals Stillhalter genannt. Das ist das Grundprinzip. Ein Käufer erwirbt immer ein Recht, etwas zu kaufen. Bei einer Call-Option erwirbt er das Recht, etwas zu kaufen. Bei einer Verkaufsoption – schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an – erwirbt er das Recht, etwas zu verkaufen. Der Gegenpart, den er immer hat, der Verkäufer einer Option, muss dann in die Pflicht gehen, wenn er dazu aufgefordert wird. Das heißt, er muss ihm bei einer Kaufoption etwas liefern oder bei einer Verkaufsoption ihm etwas abkaufen. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal an mit einer Verkaufsoption, also mit einer sogenannten Put-Option. Warum gibt es das überhaupt? Optionen sind nicht entwickelt worden als Spekulationsinstrumente, sondern der Versicherungsgedanke war der erste Gedanke, der dazu geführt hat, dass man überhaupt Optionen eingeführt hat. Stellen wir uns jetzt mal das Ganze aus dem Rohstoffbereich vor. Da wird es noch etwas offensichtlicher. Stellen wir uns vor, wir haben hier den Preis eines Rohstoffes. Weizen, Gold, Erdöl, was auch immer. Jetzt gibt es viele Marktteilnehmer, die damit ein Problem haben, wenn beispielsweise diese Preise fallen. Nicht diejenigen, die den Rohstoff am Ende kaufen müssen, sondern diejenigen, die den Rohstoff produziert haben. Beispielsweise der Weizenbauer, der Goldminenbetreiber, der Erdölförderer. Was können die jetzt machen? Die können unter anderem über Optionen sich gegen fallende Preise absichern. Daher dieser Vergleich mit den Versicherungen. Das heißt also, machen wir mal hier Beispiel Öl. Kostet 60 Dollar. Und jetzt sagt eben ein Produzent von Öl, eine Raffinerie oder ein Erdölproduzent, der sagt, das Risiko, dass jetzt Öl nach unten fällt, ist mir zu groß. Dann verliere ich ja Geld. Ich habe eine gewisse Marge. Ich produziere das vielleicht für so und so viele Dollar. Und wenn es jetzt nach unten fällt, der Preis, dann verliere ich Geld. Was kann er jetzt also tun? Kann er jetzt also hergehen und sagen, okay, ich kaufe mir einen Put. Dieser Put gibt mir beispielsweise das Recht, innerhalb der nächsten zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, je nachdem, Öl für 60 Dollar pro Barrel zu verkaufen. Das heißt, er kauft einen Put und hat jetzt das Recht zu verkaufen. Und für dieses Recht muss er wieder eine Prämie bezahlen. Jetzt mal völlig egal, wie hoch die ist. Dafür bezahlt er hier eine Prämie. Und jetzt muss es irgendjemanden geben, der diese Prämie bekommt. Und das genau ist der Verkäufer dieses Put. Also Verkäufer vom Put, der hier bezahlt die Prämie, der bekommt die Prämie. Und was hat der? Der hat die Pflicht, zu kaufen. Also der hat das Recht zu verkaufen und der Verkäufer hat dann die Pflicht zu kaufen. Und jetzt können wir uns das Ganze wieder anschauen. Was könnte denn passieren? Ich skizziere das nochmal hier. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt beispielsweise hier den Preis von 60 Dollar. Und was sind jetzt wieder die Szenarien, die eintreten könnten? Also schauen wir uns das wieder aus der Sicht des Käufers an. Was könnte passieren? Der Preis fällt. So von mir aus hier auf 40 Dollar herunter. Dann hat der Käufer dieser Put-Option alles richtig gemacht. Warum? Er hat jetzt das Recht, für 60 Dollar zu verkaufen. Er kann übrigens jeden Preis wählen. Er könnte auch sagen 59 Dollar, 55 Dollar. Je nachdem, was ihm halt für ihn persönlich wichtig ist. Also das heißt, er darf jetzt das Öl hier für 60 Dollar verkaufen, obwohl es an der Börse nur noch 40 Dollar kostet. Und wer muss ihm das für 60 Dollar abkaufen? Der Verkäufer des Puts. Denn der hat die Prämie bekommen und hat quasi den Versicherungsschutz für den Käufer übernommen. Jetzt gibt es aber nicht nur eine Variante. Sonst gibt ja mindestens immer drei, was passieren kann. Die zweite Variante wäre, der Preis geht seitwärts. Na ja, und dann ist es halt so, dass der Verkäufer der Put-Option, der wird jetzt nicht in die Pflicht genommen werden und wird sagen, hey, du musst mir jetzt das Ganze abkaufen. Aber selbst wenn, spielt es ja keine Rolle, dann kauft er es halt für 60 Dollar, verkauft es für 60 Dollar weiter, hat aber hier die Prämie kassiert. So, und der dritte Punkt wäre natürlich noch, in dem Falle, dass die Preise auch steigen können. Wir machen jetzt hier mal 80 Dollar hin. Und dann wäre es natürlich so, dann wird derjenige, der den Put gekauft hat, natürlich nicht zum Verkäufer hingehen und sagen, hey, du bist jetzt aber verpflichtet, hier mir mein Öl für 60 Dollar abzukaufen, weil er kann es ja an der Börse für 80 Dollar verkaufen. Das heißt, diese Option wird in dem Falle dann wertlos verfallen. Hier, der Verkäufer des Putz hat auch hier wieder die Prämien einkassiert und kann also sagen, okay, kein Versicherungsfall eingetreten und so habe ich meine Prämie einfach für mich behalten. Das ist im Grunde alles, was man am Anfang benötigt, um das Grundprinzip von Optionen zu verstehen. Es gibt Kaufoptionen, die nennt man Call. Es gibt Verkaufoptionen, die nennt man Put. Optionen dienen zur Absicherung von Preisrisiken, sowohl nach oben als auch nach unten. Es gibt immer einen Käufer einer Option, der erwirbt immer das Recht, bei einer Call-Option etwas zu kaufen, bei einer Put-Option etwas zu verkaufen und der Verkäufer der Option, den es immer geben muss. Es gibt niemals nur Käufer, es gibt niemals nur Verkäufer. Es muss immer einen Gegenpart geben. Der übernimmt immer die Pflicht, bei einer Kaufoption etwas zu verkaufen, bei einer Verkaufsoption bei einem Put etwas zu kaufen. Das ist das ganze Prinzip von Optionen und mit Hilfe von Optionen kann man ganz viele verschiedene Strategien aufbauen. Man kann sich gegen Preisabschwünge absichern, man kann Aktien günstiger erwerben, wie über sogenannte Cash-Sigured-Puts, dann kann Zusatzprämien generieren, z.B. im Aktienmarkt über Covered-Calls. Da gibt es also ganz verschiedene Dinge. Deswegen darf ich am Ende noch ein ganz klein wenig Eigenwerbung machen. Nämlich, wer sich da ein bisschen mehr einlesen will, habe ich hier zwei Bücher. Seine heißt Optionsgewinne mit System. Das andere heißt Optionsstrategien für die Praxis. Das hier ist eine Einführung, eher für die Anfänger geeignet. Wer ein bisschen näher wissen will, der liest dieses Buch hier, wo es mehr um Rohstoffoptionen geht und wo es vor allen Dingen auch um die vielen Dinge noch geht, die bei Optionen mit dazugehören. Da gibt es noch Griechen, sowas wie Delta und Gamma und so weiter. Da gibt es noch Laufzeiten, da gibt es noch Moneyness, da gibt es noch American-Style-Options, European-Style-Options und so weiter und so fort. Aber das sollte jetzt niemand, der hier zuschaut, verwirren. Optionen sind ein absolut fair gepreistes Instrument und jeder, der ernsthaft an den Märkten unterwegs ist, egal ob im Aktienbereich, im Rohstoffbereich oder im Future-Bereich, sollte sich mit dem Thema Optionen zumindest einmal beschäftigen. Selbst wenn er sie nicht jeden Tag nutzt, kann er doch immer mal wieder mit Optionen zusätzliche Renditen erwirtschaften und deswegen nutzen auch sehr viele große institutionelle Anleger oder bekannte Investoren auch Optionen. Vielleicht nicht unbedingt als ihr tägliches Handelsinstrument, aber als Ergänzung zu ihrem Handel. Ich hoffe, ich konnte damit etwas Klarheit in dieses Dickicht des Optionshandels hineinbringen, zumindest mal einen kleinen Einblick gewähren und dann viel Spaß beim Lernen von Optionen, beim Anwenden von Optionen und vielleicht sehen wir uns mal. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg. Ihr Jens Rabe, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.